Bereit, um die Zukunft ein Stück besser zu machen. Voll elektrisch, nachhaltig und leise. Das ist der neue E-Actros. Mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern und kurzen Ladezeiten ist er wie geschaffen für den schweren Verteilerverkehr im urbanen Raum. Doch der Mercedes-Benz E-Actros ist mehr als nur ein Truck. Er ist Teil eines ganzen geschäftlichen Ökosystems. Samt e-spezifischem Kundenservice, umfassender Beratung, innovativen Konnektivitätsdiensten, passender Ladeinfrastruktur und optimiertem Lademanagementsystem. Lassen Sie sich von unserem neu entwickelten, dreistufigen E-Consulting Schritt für Schritt auf Ihrem Weg begleiten. Erster Schritt und Ausgangspunkt ist die Streckenanalyse Ihrer Flotte. Auf Ihrer Basis entscheidet sich alles Weitere. Wie e-Truck-Ready ist Ihr Betriebshof? Welche Ladeinfrastruktur bietet sich für Sie an? Wie kann die Elektrifizierung Ihres Betriebshofs geplant werden? Welche Soft- und Hardwarelösungen benötigen Sie? Bei all diesen Fragen beraten wir Sie auf ganzer Strecke für die optimale Elektrifizierung Ihres Standorts. Anhand der identifizierten Maßnahmen wird Ihre individuelle Kostenstruktur transparent aufgeschlüsselt, analysiert und optimiert. Denn auch die Kosteneffizienz ist ein wichtiger Bestandteil der Elektrifizierung Ihres Fuhrpads. In der Umsetzungsphase sorgen wir dafür, dass Ihrem Start in die E-Mobilität nichts mehr im Wege steht. Wir beraten und schulen Sie und Ihre Mitarbeiter zu integrierten Softwarelösungen, wie etwa unserem intelligenten Lademanagement-System und energieschonendem Fahren. Unterstützen Sie bei Ihren Einsätzen und stehen Ihnen auch sonst tatkräftig zur Seite. Seien Sie bereit, um mit Ihrem Unternehmen gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks effizient und nachhaltig in die Zukunft der E-Mobilität zu fahren. Der neue E-Actros. Charged and ready. Mercedes-Benz. Trucks you can trust. motivierlich. ruim- QuiEND. ènšinchen.